Das ist eine geniale Landschaft hier. Das ist mal gerade 10 Minuten mit der Saxonette von mir entfernt. Jetzt kann ich mal 10 Minuten fahren und bin schon im Marsch. So war schön. Und überhaupt keine Autos. Das heißt, ich kann die Hunde ohne Leine laufen lassen. Und windig ist es auch. Und wenn sie nicht mehr können, dann kommen sie ab im Park. Das ist nicht praktisch. Ich liebe meine Saxonette. So, jetzt gehts weiter.